Seht ihr, diese ganzen Bringt euch nicht um-Poster überall an den Wänden? Die waren vorher nicht dort. Die wurden dahin gehängt, weil sie sich umgebracht hat. Und wieso hat sie das getan? Weil sie von allen Leuten hier behandelt wurde wie Scheiße. Jensen, das ist genug. Aber niemand will es zugeben. Also wurde das Klo neu gestrichen und ein Denkmal errichtet, weil es eine Schule ist, wo jeder so nett ist. Bis sie einen dazu treiben, sich umzubringen und früher oder später wird die Wahrheit auskommen.